Servus liebe Community und alle die noch hier wären wohl bei meinem Kanal. Ich bin Thomas und heute verschenken wir alle unsere Weekend League Siege. In den letzten Videos habe ich ja schon gesagt, dass ich am 6.7. um 10 Uhr online komme. Hier seht ihr das Leute, es ist 9.48 Uhr, also geht es auch gleich los. Warum mache ich das Leute? Einfach nur auf Prinzip, um euch einfach mal was Jute zu tun. Leute von meinem Kanal werden sicherlich online sein und auch neue Spieler werden natürlich online sein. Und natürlich hat das auch ein ganz bisschen, aber wirklich nur ein ganz bisschen damit was zu tun, dass EA sich manchmal einfach so blöd anschaut. Das Spiel ist ja nun schon über 20 Jahre draußen und die machen immer wieder die gleichen Fehler. Server mal schneller, Server mal langsamer, dann wird das Gameplay wieder verändert. Kann man das nicht einfach so lassen. Das spielt natürlich auch noch eine ganz kleine Rolle. Aber nichtsdestotrotz ist eigentlich der Spaß an der Freude, um euch wie gesagt was Jute zu tun, steht bei mir an erster Stelle Leute. Sollte das der Fall sein, dass ihr wirklich gegen mich spielt und ihr seht das irgendwie, ihr seht das ja immer, wenn ich raus sehe, oben die Online-ID, dann schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, dass ihr derjenige Spieler war, der gegen mich gespielt hat und der den Sieg geschenkt bekommen hat von mir. Und nochmal zur Kontrolle, es ist jetzt 10 Uhr und die andere Kontrolle hier oben, die Playstation Uhr zeigt 10 Uhr an. Wir gehen rein, Leute. Natürlich, Manager hat keine Verträge mehr, war ja klar. Irgendwas ist ja immer, wenn man starten will. Auf jeden Fall erstmal GG an den ersten Gegner. Was Jute spielt, gucken wir uns noch ein schönes Team an hier. Tesco, okay. Parcola, Perves, auch sehr nice. Wir haben natürlich den Ball und bauen ihn erstmal gleich ins eigene Tor. Zack, dritter ist er. Herzlichen Glückwunsch. So, stehen wir 0-1. Wie gesagt, das geht jetzt hier auch ganz schnell. Das dauert auch nicht so lange, dass ich heute auch gar nicht so viel rausschneiden aus dem Video. Und das Video wird natürlich heute auch noch gleich rauskommen. So, was gibt es sonst noch? Hat einer Deutschlands Spiel geguckt oder habt das verpasst? Es war ein geiles Spiel. Deutschland hat wirklich sehr gut gespielt, muss ich echt sagen. Spanien, ja, hat sich ganz schön oft hinten drin dringelassen, muss ich auch sagen. Oh, wir haben das nächste Spiel, sehr schön. Ja, der Handelfmeter kann man jedem. Muss man nicht, aber man kann den jedem, ne? Ja, auf jeden Fall ist Deutschland jetzt raus. Frankreich ist weitergekommen. Also mein Tipp war ja sowieso gewesen, dass Frankreich die EM gewinnt. Und worauf ich noch am meisten gespannt bin, Leute, muss ich euch ehrlich sagen, sind die Rewards. Ich hoffe mir, dass er wirklich was in der Picks drin ist, ne? Zack, dritter Sieg. 0-3 stehen wir. Kennt ihr sicherlich bestimmt alle. Ihr schießt ein Tor oder habt glücklicherweise durch EA Momentum dann irgendwie gewonnen. Und dann kriegt ihr so eine hasserfüllte Nachricht. Oh, der Groni, gell? Wo man einfach nur feiern kann manchmal über die Leute, ja? Aber ich sage immer, Mensch, Leute, lasst euch doch nicht auf so weit ein. Schreibt da nicht zurück oder irgendwas oder schreibt oben. Schreibt doch ja nicht. Totaler Blödsinn. Komm, wir machen mal die Abseitsfalle an hier. Ja, lauf durch. Komm, und lauf durch. Und mach das Tor. Los. Bitte schön. Wir machen jetzt einfach mal ja auch noch. Wir gucken uns jetzt ein Team an. Ich werde nicht meinen Controller drücken. Mal gucken, was passiert. Wir werden uns jetzt einfach hier so gemütlich das Team angucken und lassen das mal einfach laufen, ja? Jetzt so im fünften Spiel, kann man das ruhig mal machen, ne? Gucken wir uns nochmal das schöne Stadion an. Habe ich im letzten Video, habe ich das eigentlich gesagt, ja? Wen interessieren denn eigentlich die dämlichen Stadion-Trophäen, ja? Die komischen Trophäen vom Transfermarkt oder so ein Blödsinn, ne? Interessiert doch keine Sau, oder Leute? Da habe ich nämlich gesagt, die Karten müssen eigentlich weg. Totaler Blödsinn, dass das solche Karten überhaupt gibt, oder? Könnt ihr mir auch gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr das seht, ob das jetzt wirklich Sinn hat oder nicht? Das schafft es wirklich in einen Abseits zu machen, ja? Wir schlagen mal raus. Wir geben ihm eine Chance, gehen wir ihm noch. Eine Chance geben wir ihm noch. Guck mal, es passiert nicht, schießt doch einfach. Na ja, es geht doch. Genauso wenig, was noch weg kann, Leute, sind auf jeden Fall die Verträge von den Spielern, oder? Das seht ihr doch auch so. Also das habe ich das Gefühl, das sehe ich schon seit 2012 so. Braucht kein Mensch. Mann, man kauft doch den Spieler und dann hat man den Spieler. Warum muss ich ihm denn da nochmal irgendwie so einen dämlichen Vertrag geben, oder so? Totaler Blödsinn, ey. Hutsch den Kiel. Na denn, let's go. Also wie gesagt, etliche, etliche Sachen können eigentlich rausgenommen werden. Wie gesagt, dann sollen sie lieber die Server vernünftig warten, dass sie immer gleichbleibend sind. Zum Beispiel im Saisonmodus, da klappt das ja auch. Da sind, oh ey, wir kriegen sie geschenkt. Nein! Du solltest auch ein Tor rennen. Er sollte doch ein Tor rennen, ne? Er sollte eigentlich ein Tor rennen. So weit gibt es auch noch. Mensch, stell dir mal vor, ich kriege jetzt hier auch zwei, drei Spiele geschenkt. Dann haben wir ja mehr Punkte, wie wir eigentlich haben wollten. Oh, schön pink. FC Deutschland. Na dann mal los. Jetzt möchte ich aber nur Deutsche sehen. Schon durchgefallen. Schon komplett durchgefallen. Nicht in Deutscher bei. Nicht in Deutscher. Da habe ich ja sogar mehr Deutsche drin. Müller. Mittelstädt. Wir haben es jetzt 10.09 Uhr. Aber wie gesagt, ich rucki zucki. Da brauchen wir ja nie lange rum eiern. Immer schön Heimspiele machen. Oh, das finde ich gut. Wer wird denn jetzt die Euro, Leute? An eurer Stelle. Was sagt ihr? Wie gesagt, ich habe mein Tipp ist Frankreich. Oder schaffen Sie diesmal wirklich die Holländer? Die spielen eigentlich auch einen guten Ball, muss ich sagen. Aber ich bin, naja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich enttäuscht bin von Frankreich. Nee, Frankreich hat eigentlich bis jetzt, nehme ich noch, Janus Schema. Die mussten auch noch nicht wirklich was machen. Denn ehemal war ein bisschen glücklich, dass er da in der Nachspielzeit noch den Tore schossen haben. Aber bis jetzt mussten die auch wirklich noch nicht, die mussten wirklich noch nicht viel machen. Also ich nehme mal an, Spanien, Frankreich wird das Finale werden. Oder Frankreich, Niederlande. Man wisst es nicht. Heute auf jeden Fall England-Schweiz. Sehr interessantes Spiel. Nr. 8 war das. Bis jetzt haben wir noch nichts geschenkt gekriegt. Wir haben ja auch bis auf das ehemal eigentlich nur Heimspiele gehabt. Wir hatten ja immer den Ball, ne? Wollten wir wieder durchlohnen? Ne, ist noch nicht. Machen wir beim zehnten Mal, ne? Wir lassen den jetzt ganz normal durchlohnen, hier mit Abseitsfalle, ne? Guck mal, so schön der R1-Tribbler. Bin immer gut. Na los, Schieß, Rennen. So, zehnte Game. Leute, zehnte Game steht an. Wir lassen wieder lohnen. Machen wir jetzt alle fünf Spiele machen wir das einfach, oder? Da in die Obert, geil ist. Ey, ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Vielleicht habt ihr auch wirklich das Glück, dass ihr zweimal hintereinander gegen mich gespielt habt und dann zwei Siege bekommen habt, ne? Also ich hatte das wirklich auch schon mal. Bei 23 ist mir das nämlich mal passiert. Da habe ich dann wirklich zwei oder dreimal so ja hintereinander gegen den gleichen Gegner gespielt, ne? Er geht jetzt nicht raus, ne? Waren Leute, wisst ihr, wollt ihr, achso, ich muss erst mal obtragen. Wollt ihr das nicht geschenkt bekommen? Wollt ihr die Siege nicht, ne? Ihr wollt die Siege nicht, ne? Ja, dann kriegt halt der Nächste den Sieg, ganz einfach. Na, was ist denn nur hier? Okay, wenn er nicht will, dann gehen wir halt raus. Nächster Gegner, bitte. Kriegt der Nächste den Sieg. Aber das Team müssen wir nicht unbedingt sehen, wir lassen einfach so laufen. Wie gesagt, ich will ja nachher hier hoch gehen. Wir brauchen ja nicht so viel rausschneiden. Ey, was ist denn los, Alter? Jetzt geh nicht wieder raus. Leute, was ist denn los mit euch? Wollt ihr die Siege von mir nicht? Ihr wollt die nicht, ne? Jetzt mache ich hier schon mal so was geiles, so eine geile Aktion, wo ich meine komplette Weekend League verschenke. Nein, da gibt es tatsächlich Leute, die wollen nicht gegen mich spielen. Die wollen die Siege nicht. Ja, wie gesagt, was wollte ich gerade sagen? Ja, wir drücken, äh, das Team drücken wir natürlich gleich weg, ne? Brauchen wir uns ja nicht angucken. Aber dafür lassen wir das dann so durchlochen. Es sei denn, er drückt jetzt nicht weiter. Na, dann gucken wir uns halt das Team an. Ja, aber ich brauche ja das Video nicht so viel schneiden, also. Läuft denn hier fast komplett durch. Das war Nummer 10. Ach so, ja, wir hatten ja, ne, stimmt, eigentlich wollten wir das anders machen, ne? Wir wollten ihm doch den Ball heben. Dann müssen wir das jetzt machen, Leute. Dann müssen wir das jetzt so machen. Wir wollten ihm ja den Ball heben, dass er versucht, so durchzukommen, ne? So wollten wir das machen. Hab ich schon wieder, vor lauter Rumquatscherei, hab ich das schon wieder längst vergessen. Ja, Code-Zeit-Detechnis, ne? Ja, das ist einfach nur, weil ich mich drüber aufgeregt hab, dass der Gegner selbst rausseht, ne? Ey, sag mal, hab ich denn jetzt hier nur... Ey, jetzt hier die nächste Gegner raus. Leute, hört doch mal auf, Alter. Ey, das kann doch nicht sein, oder was? Ist denn los? Leute, was ist denn los mit euch? Das ist jetzt der vierte... Der vierte Gegner ist das jetzt wirklich, der den Sieg nicht geschenkt haben möchte. Also ich hab so was noch nie gemacht. Ich bin noch nie drin und dann bin ich rausgegangen. Das weiß ich doch vorher, was ich mache. Oder ich plane ja meine Sachen oder meinen Tagesablauf, plane ich ja auch so. Ich fange ja nicht ein Spiel an und dann ruft Mutti, du musst doch das und das machen, oder so, ne? Also mit Mutti meine ich meine Frau, ne? Thomas Brolin? Okay, ja, so ein mittelmäßiges Team eigentlich, was er hier hat, ne? Komm, gib ihm den Ball. Nein, äh, jetzt schlag ich den Ball nach vorne. Volle Pulle. So, jetzt kannst du mal zeigen hier. Let's go. Wir nehmen wieder die Hände weg. Machen nix. Echt netze? Schon gleich beim ersten Ball, oder was? Jetzt hör auf. Ah, den hätte ich bestimmt gewonnen. Der verliert bestimmt nochmal den Ball. Nee, doch nicht. Auf Controller? Der hat tatsächlich nochmal den Ball verloren. Wie denn bitte? Komm, opa, holen hier. Den hätte ich auf jeden Fall gewonnen. Hundertprozentig. Nein, wir haben ja nicht in der Ecke, Alter, da schießt er ihn auf den Torhüter. Komm, wir machen nochmal, schlagen nochmal weg hier. Edo Chance hat er noch. Den hängt aber bestimmt 5-0 weggeputzt. Er braucht doch bloß rufschießen. Er ist doch aufgeregt, ne? Ey, Leute, das kann da wohl nie wahr sein. Komm on, los, jetzt hol dir den Ball da. Der ist so ständig dran vorbei, Alter. Was ist denn los? Jetzt aber, come on, Achtung und Rinn. Naja, es geht doch. Es geht doch. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich so lustig hier wird, ne? Wir holen hier echt einen offiziellen 0 zu 20. Ich hätte auch im Leben nicht gedacht, dass ich sowas mal mache, Leute. Aber eigentlich, mittlerweile finde ich die Aktion eigentlich ziemlich cool. Ist der los? Warum haben wir das? Nein, nicht der Nächste raus. Ihr könnt es nicht verstehen. Warum? Warum muss ich da jetzt wieder einen Vertrag aufmachen, ja? Wenn wir wieder mal bei einem Thema sind, oder? Meine Güte, ey. Ey, lass doch die, ich hab da schon Geld ausgeben dafür, dass ich den Spieler gekauft habe. Seid drum im Pack oder irgendwelche Aufgaben, die ich erfüllen muss oder so, dass ich ein Pack kriege und da war dann der Spieler drin oder ich hab ihn halt richtig gekauft. Aber dann muss ich doch nicht nochmal einen Vertrag hochmachen. Sind mir die Verträge, das könnt ihr komplett sein lassen. EA, bitte, nehmt das raus. Nehmt das raus. Ich hab hier heute nur Heimspieler, das gibt das doch ja nicht, Alter. Ich bin auch, wenn wir schon mal bei dem Thema sind, Leute. Ich bin auch eigentlich generell dafür, dass man die Spezialkarten, die man dann mal kriegt, hier Hunter, Shadow, Architekt, Maestro und so weiter und so fort, Hawk und wartet da nicht, Sniper, wartet da nicht, da auch alle die, können sie eigentlich auch rausnehmen. Weil die Karten sind ja mittlerweile so gut, da braucht doch nicht nochmal zwei Sterne Punkte mehr oder so, ne? Im Sprint Tempo, sag ich mal, wenn man jetzt hier eine 91 hat und man knallt da ein Hunter rauf und die Position und so nicht passt, dann hat man halt eine 93. Muss ich doch nicht unbedingt haben. Lass es doch einfach so, wie es ist, oder? Bin ich der Meinung, also. Muss nicht unbedingt sein. Bei 15 lassen wir wieder durchlaufen. Ein Video wird hier doch länger, wie ich eigentlich gedacht habe. Ich hab eigentlich gedacht, dass das hier in 10 Minuten erledigt ist. Aber mittlerweile haben wir ja jetzt hier schon fast 20 Minuten. Aber wir sind ja gleich fertig. Okay, wir sind gleich fertig. Und ich schneide auch keins raus. Also die Zwischenzähnen oder so, die schneide ich raus, aber... Nicht die Spiele. Jetzt gib mir den Ball. Los, dann lass ihn durchlaufen hier. Komm on, lauf durch mit deinem Barcola. Ja, hast du ja verdient, komm on. Los. Hast du dir verdient, hast du einen schönen Trick gemacht. Ja, Müller braucht wieder einen Vertrag. Meine Güte, Alter, ihr könnt kotzen. Ihr könnt so abkotzen über den Dreck, ey. Oder... Mann, 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 Mann. Wir gehen mit ihm den Ball. Mal gucken, ob der sich jetzt in diesem Mal besser anstellt. Ressige. Ja. Ja. Das ist noch nicht sein Ernst, oder was? Hier, nimm deinen Ball, Alter. Meine Güte. Ach, come on, ey. Ja, was soll ich machen, Leute? Was soll ich machen? Jetzt schießt den Scheiß-Ball da rin. Und er schießt wieder auf mich. Gibt's doch gar nicht. Jetzt muss ich da wieder rin. Mann. Bloß einmal auf den Knopf drücken, mehr muss ich ja nicht machen. Komm, hier, ich hole die Torhüter raus. Kannst du rein direkt drin schießen, los. Das macht er auch nicht. Hier, wir machen so. Was ist denn mit den Leuten los, Mann? Also, ich weiß, was soll ich noch machen? Ich lass jetzt so, so, ja. Direkt vom Torhüter. So, jetzt mach den Ballrinder. Das gibt es doch, ja, hier. Ich hole wieder den Torhüter raus. Come on. Mach direkt eine Ecke. Nein, mach da nicht. Los, ich hole dir, ich habe jetzt kein Torhüter drin. Gucke. 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 Hat ein bisschen gedauert jetzt, bis er den Torhüter gekriegt hat. Plum. Plum. Plums. Plums kenne ich, ja. Kennt ihr Plums? Nullos. Ey, wir haben mal ein Auswärtsspiel. Nullos. Ja, renn durch damit, Klaus, Mann. Hier. Glückwunsch. Ey, das kann doch wohl nie sein, Alter. Jetzt nervt es aber auch langsam. Ich würde erstmal einen Mitarbeiter einstellen, der sich generell darum kümmert. Der erstmal die ganzen dämlichen Sachen alle rausnimmt. Da muss doch mal eh noch auf den Tisch hauen. Da muss doch immer eh noch sitzen, der das Spiel selber auch spielt. Der sagt, Mann, das nervt. Das ist einfach nur nervig. Was soll ich mit so einem Drecks Trophäe? Dann gibt mir doch lieber einen 85x5-Pack oder sowas. Ich sag mal für 300 Games oder so. Da muss doch wirklich ein Spieler sitzen bei EA, der denn wirklich das Spiel spielt. Und der denn wirklich mal zu seinem Pau sitzt und sagt, Mensch, du, pass auf, Keule. So funktioniert das nicht. Das wollen die Spieler nicht. Das ist nervig. Das ist blöd. Aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich sitzt da keiner. Wahrscheinlich holt der Kaffee oder so, ne? Drei Games noch. Sehr schön. Dann haben wir das geschafft. Dann holen wir unsere geilen Packs ab, Leute. Wir ziehen Walkout aus unseren Packs. Ich habe hier wirklich bloß drei Auswärtsspiele gehabt oder zwei? Ne, drei, ne? Ich spiele ja nur zu Hause. Ja, renn durch. Du, los, renn. Renn doch einfach. Er nimmt doch auch den kompliziertesten Weg, ne? G-Dies. So hat mir dann jetzt eigentlich schon mal Einer geschrieben hier. Tatsächlich nicht. Er hat mir keiner geschrieben, Leute. Er hat sich keiner bedankt. Nicht einer. Aber wie gesagt, falls ihr das Video seht und ihr habt wirklich gegen mich gespielt, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Nicht vergessen. Würde mich echt interessieren, damit ich auch gleich mal so die Leute kennenlerne, die gegen mich gespielt haben. Vielleicht war es ja auch wirklich Einer aus meiner Community, der dann wirklich so das Glück hatte, gegen mich spielen zu dürfen. Also ich würde ja jetzt sehr gerne gegen euch spielen, aber... Ja, natürlich. Natürlich heimspielen. Na klar. Letzte Game, Leute. Wir haben tatsächlich 20 Punkte geholt. Auch so bescheuert, oder? Da kriegt man einen Punkt, weil man verliert. Auch so täglich, ey. Ja, das ist ja ein Wahnleben, ist ja auch so. Wenn ich verloren habe, habe ich halt nicht verloren. Dann habe ich trotzdem an Erfahrung gewonnen und kriege dafür einen Punkt. Jetzt müssen wir mal wieder loben lassen. Konstanz 7, genau. Dann drücken wir jetzt hier weg. Dachte ich eigentlich. Ja, danke schön. Nein, nein. Leute, was ist denn los, Alter? Der letzte, der letzte natürlich. Natürlich. Das war jetzt Gegner Nummer 6 oder was? Ja, dann kriegt es halt ein anderer. Dann ist es halt so. So, meine Güte. Kann nur, ey. Ey, ich fast nicht. Ich verschenke hier die Spiele. Nö, die Leute wollen nicht nicht. So, wir wollten jetzt durchloben lassen, ne? Mal wieder so und. So, auch hier mit einem Hackentrick. So, jetzt. Ja, los. Na ja, der WZ-Winzen-Biet funktioniert. Das war Nummer 20, Leute. Wir haben alle unsere Weekend-League-Spiele verschenkt. Finals sind abgeschlossen. Wir kommen Prime Gold Profi Pack und ein Prime nochmal und ein Pots Garantie. Natürlich. So, wir müssen jetzt wirklich aus den Gold Profi Pack, äh, müssen wir jetzt hier, ein Walkout ziehen, ja? Habe ich gesagt, ja. Na, der war los. Ich bin nicht spannend. Ich bin echt nicht spannend. Nee. Gold in 83. Eine Chance haben wir noch. So, jetzt aber. Walkout. Come on. Come on. Ich sehe schon mal hier los. Äh, nee. Hummels. Doch, kein Walkout. Aber nah dran. 84, come on. Ist okay. Oder 83? Ach, 83 ist ja bloß noch. Ja, okay. Dann haben wir halt kein Walkout gezogen. Mein Gott. Ich glaube, das spielt heute auch ja keine Rolle, oder? Und nicht mal ein Duplikat dabei. So, jetzt haben wir noch unser geile Tots Garantie Pack. Savio. Ja, Savio ist doch ja nicht so schlecht, oder? Was kostet der noch? 30.000? Oh, ich bin nicht mal. Warum nicht? Achso, die roten. Ja, gut. Okay. So, Leute. Wir sind zum Ende des Videos gekommen. Ich hoffe, ihr wart wirklich einer der Glücklichen, die hier gegen mich spielen konnten und den Sieg für sich entschieden haben. Alle, die gegen mich gespielt haben, also in Anführungszeichen, die jetzt wirklich gewonnen haben. Wie gesagt, denkt bitte daran. Schreibt mir da in die Kommentare, wenn ihr das Video sehen solltet. und ihr habt euch selber wiedererkannt. Ansonsten, schönes Wochenende. Macht das gut.